Ja, herzlich willkommen bei 9-Pack-Opening. Ja, wieder 5 Päckchen und ja, im letzten Video ist da der Gamer dazugekommen. Also Gamer, soll ich das erste machen oder bist du? Warte mal, du machst aber vor der Kamera, sonst ist das nicht so geil. Du musst das ja auch vor der Kamera. Mann, das ist irgendwie so immer blöd. Ja, weil du musst das schon live machen, weil sonst bringt es auch nichts. Scheiße. Mann. Ich will sehen, was du hast. Junge, du... Boah. Glitzersticker? Ja, warte, warte, ich zeig sie jetzt mal. Schon wieder ein Code Western. Okay, dann haben wir Nordirland Glitzersticker. Den habe ich noch nicht. Mann, lass das Handy jetzt. Joe Montinho. Haben wir hier. Giorgio. Nein, pssst, sei leise jetzt. Giorgio Felaini. Einfach! Filaini. Mann, sei leise. Matadiski, ja, Leo, keine Ahnung. Nummer 493. Ihr könnt ja selbst gucken, ob ihr den habt. Ich habe jetzt nur mal 14% Akku, deswegen muss ich mich etwas beeilen. Da haben wir hier Gashi. Gashi. Und Fabian Scher habe ich schon doppelt. Scher. Den habe ich jetzt auch doppelt. Und jetzt mache ich den mit dem nächsten Pack. Hier mache ich einfach mal weiter. Ja. Du machst gleich danach. So, dann haben wir hier Adam Lank. Mein Name ist Lank. Zim Klose. Zim Klose. Aaron Ramsey. Ramsey. Nani. Mann, da kommt immer. Nani habe ich schon. Nani habe ich schon, aber Pepe nicht. Das sind die kürzesten Namen. Ähm, was ich finde. DJ MCD. Okay, Gamer, dann machst du es gleich mal. Ja, Junge. Ein Live-Aufend. Mann, das ist irgendwie so schwer. Es tut mir leid, dass es etwas wackelt, aber können wir nichts machen. Ich verstehe nicht, warum Leute noch hier mal Pack-Operning machen. Schaust erst mal an, was du gut bekommen hast und dann... Ich hoffe, ich habe hier so eine Pack-Operning wieder. Ja, gibt es auch wieder Glitzer-Sticker. Ich habe die hier in Portugal. Portugal, haben wir nicht. Portugal hier. Portugal, ja, warte, ich will jetzt erst mal zeigen. So, warte mal. Belgien, ja. Dann haben wir Jan Wernig-Doen und, ähm, Fellaini. Waren sei leise jetzt. Der fällt immer Ihnen. Nummer 588, äh, Nummer 488, meine ich. Ja, cool, jetzt sind doch immer zwei Packs. Ja, zwei Packs habe ich ja noch immer. Dann haben wir Kamil Glick und Michael Pazdan. Dann haben wir Marco Piazza. Piazza. Und James Chester. James Boston. Und das Portugal-Wappen. Wuhu, 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 wuhu. Ich habe echt... Vier. Schon zwei Glitzer-Sticker. Also ich habe jetzt fünf Glitzer-Sticker, weil im letzten Video haben wir auch schon ein paar gezogen. So, ich muss gleich... Nein, warte, ich muss jetzt wieder. Danach du. Wenn du es Glück nicht haben musstest. Du siehst ja immer die Glitzer-Sticker. Ich habe jetzt wieder einen Glitzer-Sticker. Boah, heute geht es ja wieder ab, mal. Alessandro Florenzi und Marco Verratti. Der Raditier. Ivan Rakitic. Den haben wir schon. Haben wir schon, ich weiß. Joe Ledley. Und das polnische, polnische, ja, warte. Ist der Lewandowski ihr einlös? Lewandowski ist das, glaube ich. Ja. Ja, Lewandowski, glaube ich mal. Code werde ich selber einlösen, also. Mann, überhaupt. Tut mir leid, dass ich das immer sage, aber, Mann, ihr könnt es gerne probieren, aber ich will sie schon auch, weil ich will schon was davon haben, weil wenn ich sie doppelt habe, Mann, habe ich halt doppelt und deswegen, ich will halt schon... iPhone hier oben? Nein, nein, sehr leise, ich will halt schon damit auch was anfangen können, wenn ich schon das, so ein Code habe. Und dieses Online-Album, weil ich will ja das Online-Album auch mal zeigen. Er, Mia, Jen, 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 nein, Len, Lenjani, so, sorry. Ja, tut mir leid. Das war das Video heute noch überstunden. Drei Minuten, das ist ganz okay. Hast du vielleicht wieder einen Glitzer-Sticker? Leute, wir haben jetzt schon ganz viele Glitzer-Sticker, also ich freute mich. Glitzer, 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 ja, du weißt ja. wieder glitzersticker von nordirland nein wir haben das nicht schon wieder als 30 gleiche in roschi egal so ist das was so was drin egal gabor killary habe ich schon doppelt dann jan sommer heißt er spielt bei mönch glattbach mönch glattbach aber man lasst das scheiß wenn die jetzt so da haben wir ja ein von von island nummer 607 a und b nummer 607 a und b 607 a und b war gamer was machst du lass den laptop jetzt einfach mal dann haben wir hier in nordirland opa nordirland wappen code werde ich schon selber einlösen tut mir leid aber ich bin der könig ich bin ich bin so viele so viele glitzersticker einfach alter so nice bin gespannt wie viele wir dann am ende haben und dann roschi ja dann haben wir jetzt wie viel glitzersticker in den letzten zwei videos ich nehme gleich danach auf 1 2 3 4 5 6 7 und ich habe noch eine code im im letzten video habe ich ja im vorletzten video habe ich auch einen code gemalt also jeder kriegt vier code iphone hier ist ein altes kack handy also ist aber egal juckt eh keinen also leute ich würde sagen das war es es gibt wieder bald wieder ein heft update irgendwann mal nächsten sonntag wieder es wird immer sonntags ich werde auch sonntags werde ich wir haben jetzt richtig viel sticker wir wenn es nächsten sonntag wird es wieder ein heft update geben ich werde das jetzt immer sonntags machen also ich würde sagen bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss